Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant. Ich bin noch immer ein bisschen krank, aber es geht schon ein bisschen besser. Heute das nächste Update und das große Thema. Hier habe ich was gefunden. Können wir den nächsten Bullrun starten? Ist es jetzt wirklich soweit? Wir werden uns das Ganze erstmal ein bisschen genauer anschauen bei diesem täglichen Update für Bitcoin. Also Leute, ab die Post, los geht's! So, da sind wir auch schon. Hier ist CoinMarketCap. Wir starten mal wieder ganz von vorne. Wie ihr seht schon, Bitcoin geht ein bisschen runter heute. 3,35% Minus in 24 Stunden und in der Woche gar nicht mal so gut. 14,24% im Minus. Ethereum geht auch runter, aber nicht ganz so stark wie Bitcoin. 2% im Minus und in der Woche nur 9% gegenüber Bitcoin. Binance Coin geht runter, 10%, Solana geht runter, 5%, Cardano, ADA geht runter, XRP geht runter, Polkadot, Terraluna, Dogecoin, Avalanche, Shiba, Inu, yeah! Na okay, Geist. Leute, es geht wirklich sehr, sehr, sehr viel runter hier. Ihr seht schon, außer Polygon Matic, der geht mal ein bisschen hoch heute. Alle anderen Coins gehen leider richtig runter. Gar nicht mal so gut. Okay, schauen wir mal. Der größte Gewinner ist Tezos, gefolgt von EOS und Chainlink. Tezos mit 26% im Plus. Der größte Loser ist Cardena mit 12% Phantom, ist auch ein großer Loser und Nexo geht auch runter mit 8,4%. In 7 Tagen der größte Gewinner, Polygon Matic, 22%, BitTorrent und Luna und der größte Loser, Cardena, 37%. 4Chain und Tether gehen hier runter. Das sind die drei größten Loser. Ihr seht hier auf der oberen Seite, Bitcoin Dominanz, die geht weiter nach unten, 40,1% und Ethereum Dominanz, die steigt, 21,9%. So, wir gehen mal weiter. Wir schauen uns jetzt mal an, was sagt uns der Fear und Greed Index. Und ihr seht schon, ja, wir haben nach wie vor Angst im Markt. 28 Punkte Angst. Gestern extreme Angst. Ah, 25 Punkte. Angst letzte Woche mit 34. Und Greed war noch letzten Monat, aber ist jetzt nichts mehr zu sehen von Greed. So, die Bitcoin Price Prediction, das sagt uns jetzt für diese Woche. Es geht jetzt mal so noch ein bisschen seitwärts. Wir haben jetzt so angeblich mal die 48.000 erreicht. Das sagt uns hier Coin Codex. Und danach geht es vielleicht wieder nach oben auf die 51.000, 52.000, so bis zum Anfang der Woche hin. Und dann sollten wir so die 52.000 so halten mögen. Das sagt uns jetzt mal Coin Codex. Wir haben hier, ihr seht jetzt auch hier unten, Fear im Markt und so weiter und so fort. Und das Problem ist, das Größte hier bei dieser Zusammenfassung ist, sagt uns eigentlich, wir sind bearish. Wir haben 31% Bullish und 69% bearish hier. Das ist eben die Zusammenfassung von diesen EMA, SMA und so weiter und so fort. Ja, ganz interessant ist auch hier unten weiter. Da können wir sehen, was ist jetzt so die Vorausschau für den 31. Dezember, Ende des Jahres. 57.000, das wäre ein Plus von 17%. Naja, schauen wir mal. Ich habe da ja ganz andere Hoffnungen noch, aber egal. So, hier ist TradingView. TradingView sagt uns für den Tag gesehen, wir sollten verkaufen. Und Leute, das sagt uns das Tagesgeschehen. Das Größere schon, wir sollten verkaufen. Gar nicht gut. Vier Stunden verkaufen, zwei Stunden verkaufen, eine Stunde verkaufen. Und nur die Woche ist neutral wie die Schweiz. Alles andere sagt uns eigentlich, wir sollten jetzt Bitcoin verkaufen. Kein finanzieller Ratschlag, Leute, ihr wisst es ja. Nur meine Meinung. Und ich zeige euch auch nur die Meinungen, die im Internet hier sind. So, Bitcoin-Dominanz. Oh, die Bitcoin-Dominanz geht weiter runter, weiter runter, weiter runter. Großer Widerstand bei 42%. Sind wir nicht drüber gekommen, wir gehen weiter runter. Das ist der Vier-Stunden-Chart. Das ist der rote parallele Kanal nach unten. Und ihr seht es jetzt schon, wir sind ja wieder an diesem kleinen Boden angelangt, den wir hier gebildet haben. Wir haben auch hier die Mittellinie. Und ihr wisst, Leute, die Mittellinie bei 40,5% ist ein großer, riesengroßer Support. Das ist nämlich der riesengroße Abwärtskanal, in dem wir gerade drinnen sind. Da ist die Mittellinie jetzt wirklich der große, große Support hier auf der Unterseite. Wir müssen aus dem ganzen Geschehen hier ausbrechen, um Bitcoin besser traden zu können. Momentan ist es einfach besser, Altcoins zu traden wie Ethereum und so weiter. Was sagen uns die Candlestick-Pattern? Und da habe ich jetzt nur diesen hier gefunden, der ein bisschen positiver ist. Das ist ein kleiner Doji-Star. Der zeigt uns, im Stundengeschehen, wir hatten hier vielleicht den Boden. Nach dem Doji-Star ist ein Trend-Reversal. Sollte es wieder hochgehen? Na, wir werden es sehen. Jetzt aber. Getting ready for another Bullrun. Das ist der große Aufhänger. Das ist die große Geschichte heute. Kann es sein, dass wir von diesen Descending Broadening Wedges nach oben hin ausbrechen? Und hier sahen wir schon mal einen Ausbruch, einen Retest und einen wunderschönen Ausbruch nach oben. So, das nächste ist jetzt unser aktuelles. Hier dieses Descending Broadening Wedge. Wir sahen den schönen Ausbruch, einen Retest und jetzt den Ausbruch nach oben. Naja, wäre schon cool. Die 150.000 sind natürlich sehr ambitioniert da oben. Aber, naja, warum nicht? Es ist alles möglich. Bitcoin, es ist alles möglich. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen im Detail an. Wir sind hier im Stundenbereich. Das war das Chartbild von gestern. Und ich habe euch gesagt, Leute, Achtung, Achtung, bei 51.8 haben wir ein großes Problem. Wir haben hier sehr viel Widerstand. Und was ist passiert? Bei diesem Widerstand sind wir wieder nach unten gegangen. Ich habe auch das auch schön gezeichnet. Und ganz exakt, wie ich das eingezeichnet habe, ist die Geschichte auch nach unten losgegangen. Wir haben jetzt das Ribbon Band nach unten durchbrochen. Wir sehen wieder ein Short hier. Wenn ich ein bisschen weiter rein zoome, sehen wir das ein bisschen besser. Hier Short-Signal. Deswegen Short-Signal, weil das Ribbon Band jetzt wieder rot geworden ist. Vom Grün auf Rot. Wir haben es nach unten durchbrochen. Es ist auch jetzt wieder der Widerstand. Gefällt mir gar nicht mal so gut, aber war eigentlich fast so vorauszusehen. Oben war jetzt mal ein ziemlich großer Widerstand. So, die große Frage ist jetzt. Kann diese grüne, schöne Linie da unten halten? Kann dieser Support hier halten, ja oder nein? Kann die Mittellinie von diesem Abwärtskanal halten als Support? Also, ihr seht schon, wir haben hier einiges an Support. Und ich habe euch das gestern gesagt, hier runter, eventuell zum Support, dann hier rauf, dann vielleicht ein Kampf, dann hier vielleicht ein größerer Kampf, dann vielleicht ein ganz großer Kampf und dann vielleicht Richtung 150.000. Hier, Rising Wedge. Descending, Broadening Wedge. Sorry. Und dann Leute nach oben. Ja, könnte sein. Warum nicht? Ich kann keine Zukunft voraussagen, aber es ist eine mögliche Theorie. Es wäre dann eigentlich dann auch so, dass jetzt hier gar kein schlechter Punkt, um zu kaufen, kein schlechter Punkt, um einkaufen zu sein können hier oder wie. Keine Ahnung, das war jetzt ein richtiger Mumpitz, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es könnte momentan sein, dass es hier gar nicht mal so schlecht wäre, einzukaufen. So, kein finanzieller Ratschlag. Also, wie gesagt, ja, könnte bestehen diese Möglichkeit, nicht bis zum Jahresende vielleicht, aber es könnte jetzt mal der Bullrand starten. Ich wäre da voll mit dabei, muss ich sagen. Ganz wichtig, aber wir müssen natürlich durch die EMAs und die ganzen Widerstände durch. So, jetzt mal ein bisschen rausgezogen. Ja, wir sind in dieser roten Abwärtsbewegung drinnen. Wir müssen da nach oben durch ausbrechen, ganz klar. Das heißt, bei 52.000 jetzt mal so circa, kommt immer drauf an, wo wir rankommen. Hier oder bei ganz groß 55.000. Das ist eigentlich der größte Widerstand momentan, weil wir hier diese große Linie haben von diesem Abwärtskanal, vom Parallelenkanal. Da gilt es jetzt mal drüber auszubrechen. Bevor wir da nicht drüber ausbrechen, brauchen wir über einen Bullrun nicht weiterreden. Das ist mal das ganz, ganz große, Leute. So, und jetzt schauen wir uns noch zum Abschluss eines an, bevor wir das Video heute beenden. Heute nicht allzu lang ein Fibonacci Retracement. Das gab es ja von ganz oben nach ganz unten zu diesem Spike. und da schauen wir uns mal an, wo sind jetzt die nächsten Supports und wo sind die nächsten Widerstände. Also, erster Support wäre hier unten, der würde perfekt passen, hier bei 48.300. Das ist jetzt meiner Meinung nach auch schon das Wichtigste. Wir müssen den hier halten. 48.3, 48.2 muss hier halten. Ich sag mal, wir dürfen nicht unter die 48 drunter. Ja, wir können mit dem Spike drunter, aber mit keiner bestätigten Kerte, das wäre das Allerwichtigste. Das Aller, Allerwichtigste. Dieser Support muss halten, der ist ganz wichtig. Nach oben hin gesehen haben wir hier bei 52.3 den nächsten Fibonacci. Und wenn wir uns dann gleich die nächsten hier nach oben anschauen, bei 55.5 der nächste Fibonacci. Und der 0.618, ganz ein wichtiger Fibonacci, bei 58.700. So, jetzt seht ihr mal, was nach oben hin so abgeht. Ihr wisst auch jetzt, was unten halten muss. Wenn wir da nach unten durchbrechen, gibt es natürlich ein neues Update von mir. Das möchte ich aber momentan mal nicht verschreien. Deswegen hoffe ich, dass dieser Support, ich hoffe, liebe Grüße an Rudi und danke. Vielen lieben Dank für deinen Support, für deine netten Kommentare. Jedes Mal für deine Daumen nach oben. Jedes Mal vielen lieben Dank, Leute. Ich brauche euren Support. Auch vielen lieben Dank an Higi, mein Moderator bei meinem Livestream. Auch der supportet mich immer, immer, immer ganz toll. Aber ich würde mich natürlich über jeden anderen Support auch freuen. Über jedes nette Kommentar, über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache. Wenn ihr mir einen Daumen nach unten gebt, sagt mir bitte wenigstens, warum. Sagt mir wenigstens, bitte du Honk, was auch immer. Leute, macht es gut, schwingt den Hut und bis morgen. Bye, bye.